Hey Leute, in diesem Video erfährst du mal, wie du so eine Pomelo eigentlich richtig und vor allem auch effizient schälen kannst. Wenn du Bock darauf hast, dann bleib auf jeden Fall dran. Zuerst einmal brauchen wir ein Schneidebrett, die Pomelo natürlich ohne der Plastikverpackung außenrum und ein scharfes Messer, denn mit einem stumpfen macht das Zubereiten einfach keinen Spaß. Danach ritzen wir die Schale hier oben beim Kopf circa einen Zentimeter ein, dass wir ungefähr beim Fruchtfleisch sind und dann einmal komplett außenrum. Und wir können den oberen Teil der Schale hier einmal mit unseren Fingern schon relativ leicht lösen, dass wir die Schale einmal auf die Seite legen können. Nun ritzen wir die Schale von hier oben einmal noch komplett um unsere Pomelo einmal außenrum, natürlich auch hier unten durch den kleinen Strunk hindurch. Drehen die Frucht um 90 Grad und hier schneiden wir genauso noch einmal rein, dass die Schale sozusagen geviertelt wird und sich hier unten am Boden auch wieder der Schnitt trifft. Es sind jetzt genau vier Schalenstücke hier entstanden und diese kann ich auch wieder mit meinen Fingern ganz einfach ablösen und das mache ich jetzt einmal wieder mit allen vier Stück. Als nächstes drehen wir unsere Pomelo einmal um, gehen mit den zwei Daumen hier unten rein und schauen, dass wir die Frucht jetzt einmal halbieren können, so wie es bei mir der Fall ist. Nun können wir sehen, dass die Frucht hier ähnlich wie eine Orange aufgebaut ist, sind so einzelne kleine Stücke. Diese können wir jetzt nämlich einfach einmal voneinander lösen und das Ganze wird auch noch durch so eine kleine weiße Haut hier voneinander getrennt. Die kleinen Kernen hier innen drin sind übrigens essbar, doch wenn sie dir natürlich nicht schmecken, dann am besten einfach mal mit den Fingern hier einzeln rausnehmen und diese natürlich entfernen. Somit haben wir unsere Pomelo jetzt auch schon richtig geschält und können das Fruchtfleisch hier genießen. Wenn du dir für zu Hause jetzt übrigens hochwertige Küchenmesser, ein Schneidebrett oder auch solche Kochhandschuhe hier zulegen möchtest, dann kann ich dir hierfür wirklich nur Amazon empfehlen. Hier hast du nämlich eine sehr hohe Qualität von Markenerstellung zu einem relativ günstigen Preis und das Beste hierbei, das Ganze wird direkt zu dir nach Hause geliefert und du musst nicht extra ein Fachgeschäft hierfür fahren. Wenn du dir also eins von diesen Unterschieden hier einmal zulegen möchtest, dann einfach hier unten drunter in der Videobeschreibung auf den entsprechenden Link klicken und du kommst direkt zu Amazon. Wenn dir das Video gefallen und somit auch weitergeholfen hat, würde ich mich natürlich über einen Daumen nach oben freuen. Außerdem kannst du hier oben meinen Kanal kostenlos abonnieren, um kein neues Video mehr zu verpassen und hier unten drunter gerne einmal ein Problem bei dir zu Hause in die Kommentare schreiben, wofür du einfach noch keine richtige Lösung gefunden hast.